Grüß dich! Gehen wir ins Kino? Ja, das passt gut. Das geht. Wann denn? Am Sonntagnachmittag und Punkt 5 gibt es Batman gegen Superman. Batman gegen Superman? Wo warst du? Wir warten seit 6. Tut mir leid. Ich hatte einen Termin mit dem Deutschlehrer. Ach so. Kannst du Sonntag um 5 ins Kino kommen? Am Sonntag? Welches Datum ist das? Sonntag ist der 10.4. Hm, 10.4? Tut mir leid. Da habe ich eine Party. Hm, ich habe es vergessen. Da kann ich leider auch nicht. Ich muss von meinem Test lernen. Ja, genau. Da habe ich Termine für euch. Okay. Ich kaufe schnell ein, um wir Essen zu haben. Dann gehen wir ins Kino. Hm, super. Dann treffen wir uns um Helm 6. Ja, gut. Ich kaufe die Ticket hier. Genau. Okay, nice. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020